Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 66.200 US-Dollar. Wir haben unsere Supply-Zone bzw. unseren Short-Bereich noch nicht erreichen können. Wir konsolidieren weiter. Wir hatten unsere V-Shape-Recovery hier erst einmal bekommen. Seitdem wenig Veränderung. Die Altcoins ein bisschen auch so am rumdrucksen. Also wir haben keine wirklich neuen Impulse nach oben hinbekommen. Wir haben gestern mal wieder eine Bankenpleite wirklich mal gesehen. Beziehungsweise eine Bank, die von der Handel an der Börse ausgesetzt wurde. Also das geht jetzt auch wieder los. Schauen wir mal, was das heutige Tag heute bringt. Wir werden auf jeden Fall mal auf Bitcoin achten. Wir werden Gold uns noch mal ein bisschen genauer angucken, nachdem wir hier ein neues All-Time-High erreicht haben. Und natürlich auch auf die Stockmärkte, weil auch dort langsam aber sicher für mich die Short-Zeit gekommen ist. Ansonsten, bevor wir starten, lasst das Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Die kann ich euch gerade nicht zeigen, weil hier irgendwie der Bildschirm weiß ist. Und ja, Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Da kommt ihr auf jeden Fall rein. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr momentan auch wieder ordentlichen Einzahlungsbonus. Bis zu 5.150 US-Dollar an Boni. So, wir fangen jetzt aber an, weil ich will keine Zeit verlieren. Wie gesagt, momentan bei 66.200 US-Dollar traden wir. Wie gesagt, wir haben gestern darüber gesprochen, dass ich hier oben mir sehr, sehr gut einen Short hätte vorstellen können. Also vor allem hier ab dieser Supply bei 67.900 US-Dollar bis ungefähr 69.760. Das sind so die Zonen. Da haben wir ja gestern im Video darüber gesprochen, dass so die Parallelen zum letzten Bullrun da sind. Zuerst sind wir am All-Time-High gescheitert, dann sind wir minimal drüber gekommen nochmal. Das heißt, so als Beispiel hier, wir hätten dann hier nochmal die Liquidität hier drüber geholt. Und dann kam nochmal ein kleiner Crash in das Golden Pocket runter. So weit sind wir noch nicht. Wir haben kein neues, höheres Hoch mehr gebildet. Das heißt, der Markt konsolidiert derzeit ein bisschen mehr. Wir haben auch kein wirkliches neues Volumen mehr in den Markt reinbekommen, keine wirklichen News. Aber wie gesagt, nächste Woche fangen dann langsam an oder sollten dann langsam mal ein bisschen mehr Informationen auch durchsickern. Wie das mit diesem Bankenprogramm weiterläuft. Nachdem jetzt die erste Bank gestern wieder vom Handel ausgesetzt wurde. Nachdem sie 42% nach unten hin gecrashed ist, könnte das noch sehr, sehr interessant werden. Und möglicherweise auch dazu führen, dass wir hier bei Bitcoin dann auch wirklich mal unser vorläufiges Top hier erst einmal gefunden haben. Und dann wirklich diese Korrektur auch bekommen. Weil danach sieht es momentan aus. Trau dem ganzen Ding noch nicht so wirklich. Wir schauen uns mal die Funding Rates an. Die sind jetzt deutlich nach unten hingegangen. Das heißt, der Markt wurde etwas mehr resettet zumindest, als die ganzen Longs aus dem Markt gespült wurden. Trotzdem, das Open Interest hingegen ist weiterhin auf einem sehr, sehr steilen Niveau. Also da hat sich im Gegensatz zu den Long Positionen noch nicht wirklich viel getan. Das heißt, das Open Interest ist immer noch sehr, sehr hoch. Da muss man immer noch ordentlich darauf aufpassen, dass hier nicht trotzdem mal irgendwie wieder so ein Flash Crash kommt. Und der kann bei solchen Positionen, beziehungsweise bei solchen Kursen, wo wir uns derzeit befinden, sehr schnell kommen. Vor allem, weil wir die letzten Tage starke oder steile Anstiege auch hinter uns haben. Vor allem auch hier unten in diesem Preisbereich ab 50.000 US-Dollar sollte eine Menge noch liquidiert werden. Ansonsten ist es hier für mich, wo wir uns jetzt derzeit befinden, kein wirklicher Short-Bereich, wo ich jetzt sagen würde, okay, da können wir jetzt unbedingt Short reingehen, würde ich auch nicht. Also ich bleibe bei meinem Plan. Entweder wir gehen hier hoch oder der Short ist für mich das erste Mal Geschichte. Weil, wie gesagt, das Risiko momentan einfach ein bisschen zu hoch ist, hier mittendrin irgendwo einen Short zu suchen. Egal, ob das Funding jetzt hoch ist, ob das Open Interest hoch ist. Ist alles völlig egal. Ich brauche hier oder möchte hier, ehrlich gesagt, ein höheres Hoch haben, damit wir die Liquidität hier drüber nochmal abgrasen. Auch vom Volumenprofil her würde es sehr, sehr gut passen, dass wir uns hier oben diesen Bereich nochmal holen. Weil ihr seht, hier ist eine Menge Short-Liquidität drin. Das heißt, diesen Bereich hier, das wäre top, wenn wir uns nochmal holen. Und dann kann hier wirklich eine Korrektur starten. Und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur gehen. Also ich glaube, jetzt sehe ich, dass wir straight Richtung 100.000 US-Dollar gehen. Die Frage ist nur, wie weit wird die gehen? Wir haben ja gestern ja schon mal drüber gesprochen. 50.000, 40.000 und dann 33.000, das sind so die nächsten Haltestellen, sollte die Korrektur etwas größer werden. Wir hatten bis jetzt immer vorm Halving eine Korrektur. Darauf sollten wir etwas achten. Ansonsten, sollte im Laufe des Tages jetzt schon eine leichte Korrektur einsetzen, sollten wir uns hier mal auf jeden Fall das Fit-Level setzen. Das heißt, unser Support liegt dann hier erstmal bei 62.500 US-Dollar. Würde auch sehr, sehr gut passen hier mit diesem impulsiven Anstieg. Das wäre dann nochmal so eine kleine Long-Möglichkeit, die man gegebenenfalls nutzen könnte, weil normalerweise in einem Bullrun wird immer wieder das Golden Pocket getestet. Zumindest war es die letzten Bullruns immer so, dass man immer die Golden Pockets getestet hat. Und dann konnte man im Endeffekt gleich wieder den nächsten Long starten. Also das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Sollten wir jetzt nicht mehr hier ein neues, höheres Hoch bilden im Laufe des Tages. Also das auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ansonsten tut sich derzeit echt wenig. Ethereum hat sich mittlerweile schon das hochgeholt. Wundert mich. Aber gut, kleine Altcoin-Season, dass die Altcoins momentan ein bisschen besser performen als Bitcoin. Ist auf jeden Fall ersichtlich. Aber gut, ist klar, Bitcoin konsolidiert. Aber auch hier scheint gerade etwas die Luft raus zu sein, nachdem wir hier unsere V-Shape Recovery erstmal bekommen haben. R1 Pivot auch erstmal als Widerstand hier oben getestet. Trotzdem, wenn, dann würde ich eher Bitcoin shorten als momentan irgendwelche Altcoins. Das ist natürlich, wenn Bitcoin fällt, fallen die Altcoins noch mehr. Das haben wir in den letzten Tagen extrem gesehen. Das Risiko ist mir trotzdem ehrlich gesagt zu hoch. Und ich warte eher darauf, dass wir die Altcoins nochmal spotmäßig nachkaufen. Apropos, auch hier hat sich seit gestern nichts getan. Wir haben ja gestern schon mal Polkadot hier als Beispiel genommen. Also immer noch kein wirkliches Breakout. Und auch der Rest weiß ich nicht so wirklich. Gefällt mir persönlich noch nicht so wirklich stark. Und auch sowas wie Chainlink hat immer noch die Divergenzen. Und es wird früher oder später krachen. Könnt ihr euch darauf gefasst machen, auf jeden Fall. So, dann gehen wir rüber ganz kurz zu Gold auf jeden Fall. Gold neues All-Time-High. Auch hier würde ich gerne heute im Laufe des Tages noch einen kleinen Short machen, möglicherweise. Weil auch hier in den letzten Stunden volumentechnisch ein bisschen die Luft rausgeht. Aber es ist auch nicht verwunderlich nach so einem steilen Anstieg. Ich habe übrigens immer noch keine Infos, warum es so einen starken Goldanstieg bisher gegeben hat. Nachdem gestern aber wieder eine Bank vom Handel ausgesetzt wurde, kann ich mir vorstellen, dass da auch wieder so leichte Insider-Informationen irgendwie durchgesickert sind. Aber gut, wird sich auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, hier plane ich jetzt im Laufe des Tages auf jeden Fall einen neuen Short-Entry. Müssen wir mal gucken, so in den nächsten Stunden, ob wir hier nochmal über dieses Hoch rüberkommen. Oder ob es das dann jetzt für Gold hier langsam aber sicher schon war, weil sich der Trend hier langsam nach oben hin immer weiter zuspitzt. Und wir halt eben hier auch oben am Pivot drin sind. Aber da wird auf jeden Fall noch was in der Telegram-Gruppe dann langsam kommen. Wir haben ja noch die Gold-Long-Position offen. Das heißt, wir haben hier erst einmal überhaupt nichts zu verlieren. Außer, dass wir sagen, okay, wir setzen die halbe Position der Long-Größe und dann war es das auch. Also das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Free Trade, der heute kommen sollte. Auch beim DAX muss ich euch sagen, bin ich short. Ihr seht hier das Setup mittlerweile. Ich bin short gegangen. Warum? Heute kommen einerseits ein bisschen Daten aus den USA. Erstenträge, Folgeanträge und so, Exporte, Importe und sowas. Produktivität außerhalb der Landwirtschaft kommt dann auch noch. Also da kommt einiges heute nochmal auf uns zu. Außerdem, wie gesagt, weiß ich nicht, was da noch kommt wegen diesen ganzen Banken. Ob jetzt im Laufe des Tages noch mehr Banken wieder ein bisschen ins Straucheln kommen, wird sich zeigen. Bin aber noch nicht beim S&P 500 short. Warum? Weil mich gestern charttechnisch das nicht wirklich abgeholt hat. Plan war ja eigentlich gestern hier im Golden Pocket das ganze Ding zu shorten. Dann hatten wir zum Handelsstart erstmal hier einen Hit rein. Wurde dann abverkauft, nachdem Paul wieder irgendeine Scheiße gelabert hat oder sonst was. Daraufhin ging es dann wieder nach oben und dann gab es die ganze Zeit hier Zickzack-Bewegung. Das hat mir nicht wirklich gefallen. Deswegen hoffe ich jetzt heute nochmal im Laufe des Tages, dass wir hier nochmal reinkommen. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen akklimatisieren in diesem Bereich. Und nicht irgendwie hier mit mega fetten Candles hoch und runter. Weil das gefällt mir nicht. Ich brauche hier eine ruhigere Formation irgendwie im Golden Pocket. Nochmal so eine kleine Reaktion. Und dann können wir hier das Ding auch shorten. Und dann bin ich auch hier short. Für mich ist das Ganze weiterhin absolut überhitzt. Und ich gehe davon aus, dass wir hier in diesem Bereich heute auf jeden Fall eine Short-Position wagen könnten. Das heißt so zwischen 5.112 bis ungefähr 5.122. Das ist so momentan so ein bisschen das Short-Umfeld, wo ich sagen würde, okay, da machen wir eine Short rein. Stop-Loss dann wahrscheinlich hier oben bei 5.140 US-Dollar. Ja, ansonsten, Nasdaq und sowas würde ich momentan noch ein bisschen die Finger davon lassen. Gefällt mir charttechnisch nicht so gut. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns den Dow Jones auch nochmal ganz kurz angucken. Also auch hier bin ich nicht überzeugt, hier irgendwie ein Short reinzumachen. Das heißt für mich momentan DAX, S&P 500, das sind die Short-Indikatoren. Gold können wir riskieren, den Short-Entry. Und Bitcoin müssen wir auf jeden Fall im Laufe des Tages heute nochmal ein bisschen abwarten. Ansonsten tut sich relativ wenig. Ach ja, Euro hat jetzt erstmal hier ein höheres Hoch noch gebildet. Aber warten wir hier erstmal noch ein bisschen ab, was hier noch reinkommt. Weil sollten die Märkte wirklich noch ein bisschen unter Druck geraten, kann ich mir vorstellen, dass der Dollar noch ein bisschen besser performt. Und dass dann der Euro auf jeden Fall hiervon auch nochmal deutlich abverkauft wird. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Ja, folgt mir, folgt, lasst ein Like da, was weiß ich was. Und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stacks.